Ihr wisst Bescheid, wir liken, Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren und wenn ihr sogar wollt, könnt ihr sogar eine Mitgliedschaft abschließen, habe ich auch gemacht. Kuss, 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 kuss. Und wenn was üblich bleibt, nehme ich das, ja, aber nächstes Mal kann man aber fragen. Ey, wie sieht deine Young Ladies aus? Die gehen mir ehrlich gesagt wirklich dick auf die Eier, wahr? Wollen sie noch ein bisschen tiefer fliegen? Wollen sie noch häufiger... Stürmen, die stürmen, die stürmen! Fahrt einmal in Team Labs, fahrt alle in Team Labs, fahrt alle in Team Labs. Ey, die stürmen, die sind hier drin. Fahrt alle in Team Labs. Fahrt in Team Labs, warum fahrt ihr da weg? Geh auf den, gehen, gehen, gehen. Ihr solltet da reingehen. Steck ein, steck ein, steck ein. Seht ihr frei, seht ihr frei? Entschuldigung, Fahrt. Ey, ich werde gefaket. Oh mein Gott. Eew! Du dummer Wichser, steig aus, Mann. Was ist mit dir los? Wie, was ist mit dir los, Junge? Ich habe meine Bart geklaut, der kleine Wichser. Ihr habt doch nichts zu tun, Aua, Mann. Ey, y'all, die Pizze hier! Du hast mich voll überge... Oh, nein! Du hast mich voll überge... Bruder, es tut mir wirklich leid, aber du hast mich überge... Wieso hast du denn meine Party geklaut? Ich muss 100 Jahre laufen! Schrei mal nicht so! Nee, schrei mal nicht so! Was meinst du? Schrei mal nicht so! Shit! Was? Wieso sprich ich raus? Was ist gerade passiert, Digga? Oh mein Gott! Mein OG wird dir jetzt diese 9 Millionen Dollar geben und danach geben wir uns die Hand und dann ist vorbei. Auf jeden Mal! Auf eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam! Und Gerardo? Ja? Ich finde, beide Seiten sind Verlierer. Verluste sind immer schwerwiegend. Es geht um jeden einzelnen Menschen, da hast du recht. OG, gibst du ihnen das Geld? Na klar. Das ist das Schwerste. Die 9 Millionen OGs. Nach 10 brauchst du nicht. Hast du ihn gegeben? Jo, ich hab das Geld bekommen, man. Alles klar Gerardo, man. Auf eine erfolgreiche und gemeinsam in Zukunft. Hoffen wir, dass es in Zukunft besser läuft, Homie. Hilfe! Hey, Hendo! Sie schießen nicht! Sie schießen nicht! Hendo! Hendo! Ich frag mal nach, ob wir jetzt was machen. Ey, wenn ich nicht wiederkomme, ihr wisst, was passiert ist. Achso. Ich bladde auch, Digga, ist es komm. Jo, wie sieht's aus? Können wir Startzwang machen oder wie? Was können wir? Startzwang? Lab ist fertig. Ist jetzt der Dritte, der runterkommt und fragt? Wer bist du? Ich bin Tarek. Hey, Tarek. Weißt du, dein dummes Klaber geht bei auch um Kieks. Das ist der Blatt auch, du. Kleine Stück Scheiße, was du bist, du kleiner Hund, Digga. Das war so klar, Digga. Das war so klar, Digga. Dann einmal mit zu Schwester Bertha im Krankenhörn. Hören Sie auf zu heulen. Das ist doch nicht schlimm. Ja, nur obwohl der Kollege deine Mutter dödelt, weißt du, dann musst du doch jetzt hier nicht eine auf Memme machen. Ja, ist doch alles halb so schlimm. Unter Freunden teilt man sich alles. Meine Güte nicht nochmal. Spaß. Hoppa. Nein, ich geh offline, Digga. Das gibt's doch nicht! Warum ist der tot? Warte mal. Hä? Ist das ein Bot? Achso, achso. Der schwebt. Ich abmachen, lass dich nicht abmachen. Hier ist ein Lamborghini. Ey, die NSP-Dierende. Kommt mal hier hin. Sub-Ambulation. Hier ist noch der XLS. Surprise! Da ist eine S-Klasse gerade. Da ist die S-Klasse, die S-Klasse. Da ist die S-Klasse. Soll ich dich mitnehmen? Soll ich dich mitnehmen? Soll ich dich mitnehmen? Hallo? Steig ein. Verarscht, Lutscher. Steig mal aus da jetzt. Steig mal aus da jetzt. Oder was wollt ihr? Alles doch eh irgendein Zivil schießt mit den Huren so einfach aus. Ich steig jetzt mal aus oder du wißt doch... So, ich geh für drei Sekunden. Drei, zwei, eins. Gut, geht doch. Was war jetzt das Schwerderen? Die Knallen von Brücke, 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 Brücke. Fahrt auf Brücke, Fahrt auf Brücke, Fahrt auf Brücke. Brücke, 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 Brücke. Brücke, Brücke, Brücke. Das ist nur ein auf Brücke. Nicht mich überfahren. Bin fast tot. Ist jetzt ein zweites Auto, die fahren Richtung Westen. Ist das unser hier? Der Platten, der Platten. Ja, ist meine Idee. Der Zeigler hat den Platten. Der ist hoch hier runter. Auf Schienen. Kickdown. Kickdown, Reiter! In den Krieg, in den Krieg. In den Krieg. In den Krieg. Hier ist ein Backstab. Ja, wir sind Backstab. Wir sind Backstab. Sie sind mitten auf der Brücke. Sorry, sorry, sorry. Fahrt weg. Okay, ich mach keine Slip. Ey, ey, hier geht's. Wir sind jetzt hier alle. Wir sind jetzt hier vorne. Ooooooh, ich mach'n ge- Oh, das war so knapp. Ich hab' nichts dabei. Oh, hell? Ich hab' nichts dabei. Los, los, los. Ihr schafft das, ihr schafft das. Oh, endlich kann ich was trinken. Ich kann' nicht was trinken. Ich kann' nicht was trinken. Okay. Ich glaube, das hat sich dann mit den Fragen hier erledigt. Neu heiße Luft, ne? Kriegst du. Willst du auch noch mal? Ah, shit. Wir gehen mit dir. Okay. Also, kennst du, beziehungsweise kennt dich Nikolai auch wahrscheinlich sehr gut. Ja, aber ja. Okay. Ja, alles klar. Ja, Nikolai. Äh, dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, du kannst dich noch mal da hinten hinstellen zu den anderen Leuten und kannst den nächsten herrufen. Ja klar. Äh, das war's dann schon mal mit deiner Forschung. Wir melden uns dann gleich bei dir nochmal. Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir danken dir. Wie dir gab's leider Unstimmigkeiten bezüglich deiner Person. Was kann ich mir vorstellen, ne? Und die Mehrheit hat sich halt leider dagegen entschieden. Deswegen wollte ich dir das halt hier nochmal persönlich überreichen, dass das jetzt erstmal wahrscheinlich nicht funktioniert, dass ich beweisen muss, dass du den Leuten zeigen musst, ey, du willst unbedingt in die Fettner und so. Und deswegen sind wir auch hier, ne, damit du natürlich in die UG erstmal kannst. Aber du musst es bis hin. Ey, ich mach doch nur Spaß. Echt jetzt? Nicolai. Natürlich sind alle für dich, ne? Achso. Wie gesagt, du kennst ja schon super viele. Die haben auch mit dir zusammen natürlich, äh, die einwandere Familie geführt. Was? Also ich muss ein bisschen schmunzeln. Wegen der UG. Weil hätte Nicolai niemals in die UG gegangen. So, herzlich willkommen. Danke dir für den Verso. Dankeschön. Und willkommen, du bist jetzt hier mit ein Teil von der Fettner. Ah, uh! Ein Teil unserer Familie. Alter, die Jaden macht das. Das passt. Keine gute Idee, der Herr. Lassen Sie das BD-Auto. Lassen Sie das BD-Auto. Lassen Sie das BD-Auto. Lassen Sie das BD-Auto. Hallo, hallo, hallo! Oh, oh, oh. Der Herr, sie. Oh, mein Gott, sie gefährt ein Leben. Die bringt ihn nicht gut. Wir sind jetzt nicht groß und ich fahre raus. Ich fahre raus. Fahr durch die Nacht, im G. Mi ditten weiß, Baby. Egal wie weit, Baby. Ich komm zu dir. Meine Nikes, Sie sind weiß, Baby. Wir sind bald reich, Baby. Lasst uns um, wir an. Fahr durch die Nacht, im G. We took the lights, baby It got me light, baby Ich kann so deal